hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video von mir erst mal nicht wundern für die hintergeräusche ich schaue gerade harry potter also nicht wundern und ich zeige euch jetzt in der app collar in der app collar wie ihr ein bild machen könnt aber also ein bestimmtes bild und zwar wie ihr personen schminken könnt bei collar und ich zeige euch dass es erstmal dafür geht ihr am besten erst in google rein und sucht euch eine person aus einem sänger oder so oder eine tik tocker oder tik tockerin ich zum beispiel brauche kein bild mehr raussuchen weil ja ich habe eins also legen wir los ihr geht halt ihr sucht ihr holt euch halt ihr sucht es hat aus eurer galerie ein bild aus ich nehme jetzt tik tockerin paula wolf und ja und bevor ihr irgendwas macht startet oder so macht ihr immer immer eine neue ebene immer so und dann könnt ihr auch schon starten und zwar durch eure foundation aus könnt ihr hier mit dem gesicht halt aussuchen gut ich schau mal eben ob das passt ja wie gesagt wenn ihr eure foundation ausgewählt habt nehmt ihr am besten den ersten pinsel macht den vielleicht ungefähr so so groß hier vielleicht ich mache ihn jetzt noch ein bisschen kleiner bei mir so und die von der ich mache ich noch ein bisschen dunkler so ja und dann könnt ihr auch schon malen halt da wo ihr foundation und so ähm haben wollt ja ich mache das mal eben okay ich habe jetzt gemacht und dann geht ihr auf den verwischer und nimmt wartet mal und nimmt den ersten und macht den ganz groß beides und dann geht ihr halt über die foundation und verblendet das schaut und ihr könnt auch noch mal mit dem zeichen hallo hallo ich kann doch nicht malen oh Leute ich hasse es ne wenn ich nicht malen ach jetzt ich hasse es immer wenn ich nicht malen kann ne geht mir immer so auf den sack ähm aber ja ähm könnt ihr noch ein bisschen mehr auch machen und dann halt wieder verwischen solange bis ihr eure grundierung habt so und wenn ihr fertig seid macht ihr wieder eine neue ebene ganz wichtig und dann könnt ihr euch euren concealer auswählen ähm mit der farbe und macht halt dahin wo ihr in der wirklichkeit concealer auftragt oder wo äh paula wolf ihn halt aufträgt keine ahnung könnt ihr halt entscheiden ich mache es zum beispiel immer so äh und dann verblende ich das erstmal so ein bisschen ähm ja so meins ist zum beispiel schon ein bisschen gut äh ich muss hier unten nochmal ein concealer machen so und dann macht ihr wieder eine ebene so ähm und dann könnt ihr weitermachen ich mache zum beispiel meistens immer mit dem bronzer weiter aber das könnt ihr selber entscheiden ähm ja wie gesagt ihr schminkt halt sozusagen jemanden nur halt nicht in echt sondern halt auf einem Handy oder Tablet in einer App schminkt ihr sozusagen jemanden ähm aber es könnte eigentlich auch irgendwann echt cool sein ähm weil es eigentlich cool aussieht am Ende also ich kann eigentlich kein deutsch mehr ähm aber ja so als nächstes ähm macht ihr wieder eine ebene und könnt ähm weitermachen ähm ich mache jetzt mit dem blush weiter ähm und bei blush empfehle ich euch macht den nicht zu dunkel also die Farbe den Farbton macht den am besten nicht zu krass und äh verblendet den wirklich gut weil das sieht sonst echt kacke aus ähm ihr könnt wenn das noch ein bisschen zu wenig ist wenig vor allen Dingen könnt ihr natürlich noch ein bisschen mehr machen gehört auch nicht zu viel weil es ist dann echt kacke weil sonst habt ihr nachher ein Tomatengesicht und das wollt ihr ja nicht ähm und ja ey meine Videos ne die gehen immer so lange ähm aber ja wenn ihr dann fertig habt macht die wieder eine neue Ebene ähm und macht dann einfach weiter ich mache jetzt mit Highlighter weiter dafür nehme ich einfach weiß ähm macht den dahin wo ich immer mein Highlighter auftrage äh und verblende es halt so ein bisschen so und dann könnt ihr halt aber da machen schminken halt eben so ich habe jetzt schon wieder eine neue Ebene gemacht und ich gehe jetzt zu den Augen so ähm und such mir eben eine Farbe aus die ich gerne haben möchte so und macht dann ich äh Leute Leute könnt ihr mich bitte ablösen ähm unser Balkon wird nämlich neu gemacht und äh das geht mich echt auf den Sack Leute weil ich werde jeden Morgen werde ich geweckt nur wegen diese verkackten Bohren Leute aber egal äh ich muss da durch ähm und ja aber egal ähm ich mache dann immer hier ähm okay na was ist das ähm ähm ja ähm ich mache jetzt einfach mal hier irgendwas in der Hoffnung dass das schön aussieht und ja dann verblende ich das immer ein bisschen so gut und dann färbt sich das Auge halt ein bisschen ihr braucht halt echt Geduld damit ihr den passenden Lidschatten Ton erreicht aber egal äh das kriegt ihr eigentlich hin so ihr dürft halt auch nicht zu viel äh machen halt nicht zu viel äh verblenden weil sonst ist der Lidschatten hier irgendwann komplett weg so ein bisschen nach so guckt äh bei mir ist das ein bisschen zu krass hier mache ich das ein bisschen klasse ja okay äh und ja dann gehe ich einmal in einen anderen Ton so hier und ja wie gesagt ihr dürft das nicht zu doll verblenden weil das sieht halt dann irgendwann auch scheiße aus also ja macht am besten vorsichtig und nicht direkt so bam 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 sondern macht einfach langsam und verblende das halt nach und nach und dann wird das das wird dann schon irgendwann so fertig dann Paulas Augen und dann könnt ihr halt auch mit euren Lippen weitermachen nur Leute nur halt nicht die Ebene vergessen so und dann ey Leute das ist unnormal ähm und dann äh macht ihr die Lippen umrandet die umrandet die ey Leute Leute könnt ihr mich bitte ablösen ich hasse es mann immer muss ich die Leiterung sein das war kein deutsch aber egal so so mann egal ähm ja ich mach mal eben die Lippen ähm ja Leute dieses Bohren das regt mich nicht auf äh so okay Leute das ist jetzt meine fertige Paula ähm sieht nicht so gut aus aber Leute ich mach das auch erst seit gestern ähm also wenn ihr das Video seht ist es wahrscheinlich schon äh 1-2 halt äh mehrere Tage wahrscheinlich her ähm aber egal ähm also ich zeig euch ähm also nicht zeigen also haben heute den keine Ahnung 15. April wird wahrscheinlich wenn ich das Video wenn das Video online ist äh wird es wahrscheinlich anders aussehen ähm aber egal ähm so so ja also wie gesagt das ist meine fertige Paula und nicht wundern wenn ihr am Ende relativ sehr viele Ebenen habt habt aber egal ähm so könnt ihr aber Leute schminken ähm das könnt ihr ihr braucht das nicht nur mit Mädchen machen ihr könnt das auch mit Jungen machen mit Männern mit Sängern so wie ich mit meinem Baby hier äh äh Mikey äh von dem ich euch ja schon erzählt hab glaube ich ich weiß nicht genau aber egal ähm ja so könnt ihr easy Leute schminken und mein Video geht mal wieder entlang Digga ich hab keine Ahnung warum weil ich meine Videos immer so lange gehen aber gut ähm ich hoffe auf jeden Fall dass euch das Video gefallen hat ähm und jo bye bye und viel Spaß beim Nachmachen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal